Ja dann, hi zusammen und willkommen wieder zu 5 Fragen an Siegpunkt. Heute mal ohne Intro und viel Schnörkel, ist auch ein bisschen Internes dabei. Haben sich Fragen angestaut und das waren spannende Fragen und ich kann vorweg schon mal sagen, wenn ihr auch Fragen habt an mich, hey, nicht zögern, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mich auf Instagram an. Und immer wenn sich wieder ein paar Sachen angestaut haben, dann machen wir dieses Special und dann stehe ich euch Rede und Antwort. Das ist ein Kanal von euch, mit euch, für uns. Hier geht es um Community. Ich brauche euer Feedback. Ich nehme mir euer Feedback zu Herzen und versuche jeden Tag es ein bisschen besser zu machen. Und manchmal mache ich auch Sachen nicht so gut. Da kommen wir zum ersten kleinen Update, bevor wir auf die Fragen eingehen. Und zwar muss ich mich hierfür entschuldigen. Ich habe Rift Force gespielt und ich habe wie immer mal die Regeln versemmelt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber auch so klein in den Regeln. Das ist halt eine Zeile in den Regeln. Aber das ist eine Kernzeile, die ist fett geschrieben. Und die habe ich ja nicht gelesen. Und deswegen hat sich dieses Spiel völlig falsch angefühlt und ich habe es zumindest aus dem Fallspielen heraus als Flop eingeordnet. Aber auch da schon dazu gesagt, dass ich es eigentlich nicht verstehen kann, warum das floppt. Und jetzt wissen wir, warum es floppt. Und das wollte ich nur erstmal nochmal klarstellen. Und wichtig ist, wir spielen das natürlich jetzt im April auch nochmal. Und dann werdet ihr in meinem nächsten Top-Flop-Video sehen, war es denn jetzt cool, war es jetzt wirklich dann besser und so weiter. Mir ist nur wichtig, ich habe keine Lust, Spiele schlechter zu machen, als sie sind. Wenn es an mir liegt, gebe ich den Fehler gerne zu. Das war ein Fehler auf meiner Seite. Die Regeln nicht sauber gelesen. Ist nicht das erste Mal vorgekommen. Wird auch nicht das letzte Mal sein. Das heißt, bitte ignoriert meinen Flop aus dem Video für die gespielten Sachen im März. Und wenn euch das Spiel interessiert, holt es euch doch gleich oder wartet halt auf das Video, was dann direkt in der ersten Mai-Woche erscheinen wird, wenn es um die Spiele im April geht. Da werde ich es nochmal gespielt haben und dann kann ich da nochmal viel besser sagen, was so abgegangen ist. So, jetzt kommt die erste Frage und die ist natürlich verständlich gewesen, weil da hätte ich auch viel früher mal was sagen müssen. Es ist die Frage, was ist The Meeple Insight? Das ist ja eine witzige Frage, weil das poppte jetzt so ein bisschen immer mal wieder auf. Man hat es vielleicht gesehen, ich tagge das manchmal bei Instagram, bei den ersten Videos ist es drin. Ich war am Samstag auf dem Stream Day mit den Affenfratzen. Da war auch The Meeple Insight ein Thema. Was ist The Meeple Insight? Was ist das? Und die Antwort ist, das ist eine Community von Content Creatern für euch, die gerade entsteht, die tatsächlich, sagen wir mal, als Kernaufgabe zum Ziel hat, wirklich halt einfach die Brettspiel-Community noch besser zu vereinen, aufzubauen, nach vorne zu bringen. Gar nicht so sehr jetzt eine Gruppe an, nennen wir es mal Influencern, die sich selber da irgendwie gegenseitig Likes zuschieben wollen. Nee, das ist gar nicht die Idee. Und ich bin angesprochen worden, ob ich da nicht mitmachen will und bin Teil also jetzt des Kernteams tatsächlich. Das werden nicht mehr als so zehn Leute sein, die das vom Kernauf her machen und diese Plattform nach vorne bringen, die Idee auch nach vorne bringen. Ich bin jetzt kein Programmierer, also ich bringe nicht eine Plattform nach vorne, aber ich bringe die Idee nach vorne, was Gesellschaft bei Gesellschaftsspielen denn tatsächlich bedeutet, auch wieder Community zu machen. Ihr wisst, ich bin Kooperationspartner von der Spielwiesen, auch das passt natürlich perfekt zusammen, wenn halt diese ganze Pandemiesache mal wieder irgendwie normaler wird. Ja, dann kann man sich auch mal wieder treffen, Spiel treffen, Spiele messen, einfach Leute treffen, sich connecten. Ich finde das im Internet sich connecten nicht verwerflich, aber ich würde euch gerne auch mal in Person treffen und Sachen machen und auch Formate auch persönlich machen. Nicht immer nur streamen und so. Von daher, das ist das, was ich damit einbringe. Das ist The Meeple Inside. Wen das interessiert, ich habe unten in der Beschreibung Infos drin. Aktuell organisieren wir uns über einen Discord. Also wer nicht weiß, was ein Discord ist, ich wusste es bis Ende letzten Jahres auch nicht. Das ist nicht so kompliziert. Das ist wie ICQ-Chat nur in Discord. Ja, das ist nicht kompliziert. Ja, lade euch das Programm runter, kommt einfach mal rein. Wir beißen nicht. Aktuell über Discord organisiert, bis halt diese Plattform entsteht. Ihr findet da auch auf der Webseite, die auch dies rein verlinkt, Infos da zu dem Phasenplan. Da wird es erstmal eine Alpha geben, eine Beta und so weiter. Das muss ja alles aufgebaut werden. Und bis Herbst ist das Ganze dann fertig. Das Ganze auch bewusst erstmal noch nicht so sehr mit einer echten Zeitachse und so weiter. Das ist von Hobbymenschen. Ja, wir schneiden uns die Zeit aus den Rippen, bringen das nach vorne. Wir haben da richtig Bock drauf. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so, dass wir jetzt sagen, hey, es muss auch bis nächste Woche fertig werden. Sondern hey, wer immer gerade Gas geben kann, gibt Gas. Und da könnt ihr euch engagieren, da könnt ihr mitmachen, da könnt ihr aber auch einfach nur erstmal schon mal Teil der Community werden, die jetzt natürlich stetig wächst. Und ich werde auch mein Möglichstes tun, immer mal wieder auf The Meeblin Side hinzuweisen. Also wir uns darüber organisieren. Ich finde das doch super. Warum nur Fan von einem Kanal sein? Weil man auch Fan von allem sein kann. Und wer Fan von allem ist, der kommt to The Meeblin Side. So einfach ist das Ganze. Also das ist The Meeblin Side. Also keine Angst davor. Dann die zweite Frage. Die ist auch hart so ein bisschen, weil das war die Frage, warum gehst du jetzt auf Twitch? Ich weiß, ich habe eine Umfrage gemacht. Was ist euch lieber, YouTube oder Twitch? Und YouTube hat mit Abstand gewonnen bei euch. Klar, ist ja logisch. Da komme ich ja auch so ein bisschen her. Ich mache aktuell auch Twitch. Das liegt daran, weil ich Bock habe, Live-Formate zu machen mit euch, mit der Beteiligung im Chat. Und ich will knackige Beteiligung. Ich will nicht live gehen und ihr schaut mir nur zu. Ich will, dass man mitmachen kann. Und ich habe das auf YouTube wirklich versucht. Und es funktioniert halt nicht so cool. Es funktioniert einfach nicht so gut. Und ich weiß, viele von euch schauen YouTube auf dem normalen Fernseher und sind mit Twitch nicht so, sagen, warum würde ich jetzt noch ein Programm runterladen? Ich verspreche euch, ihr verpasst was, wenn ihr euch die Sachen, die ich auf Twitch mache, nicht auch noch anguckt, wenn ihr Fan von diesem Kanal seid. Gerade wenn ihr live interagieren wollt. Aktuell läuft da ja Box of Rocks. Also ich spiele gegen den Stein. Das ist so witzig und ist so ein netter Zeitvertreib. Und wie gesagt, ich würde es gerne auf YouTube machen. Es geht leider nicht technisch. Es funktioniert nicht so cool. Auf Twitch ist es besser. Das ist der Grund, warum ich jetzt auch noch einen dritten Kanal aufbaue, neben YouTube und Instagram. Ich kann allen, die mir auf den anderen Kanälen folgen, auf jeden Fall schon mal sagen, hey, auf Instagram ändert sich nichts. Ja, da gibt es weiterhin die lustigsten Fotos und so weiter. Alles cool. Instagram ist jetzt auch nicht unbedingt so ein toller Kanal. Wir können da super in Kontakt bleiben. Wir können ein bisschen über Stories uns gegenseitig taggen und Infos austauschen. Und dann gibt es dann lustige Brettspielbilder, weil ich irgendwas gezockt habe. Das ist jetzt ja Instagram halt. So liked es halt einfach. Auf YouTube wird es weiterhin einfach Videos on Demand geben, so wie jetzt. Also ich produziere Videos. Wir machen Premieren mit Live-Chat und so weiter. Das wird weiterhin auf YouTube bleiben. Das hat auf Twitch nichts zu suchen. Aber Sachen, wo ich live zocke, zumindest auf meinem Kanal, gehe ich rüber auf Twitch. Und vielleicht kommt dann auch immer die Zusammenfassung rüber auf YouTube. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich mir denke, hey, das ist live. Das muss man sich live angucken. Die Wiederholung. Ich will eigentlich euch nicht mit Wiederholungen nerven, aber vielleicht sind die Wiederholungen so cool, dass es Spaß macht, sie im Nachhinein sich anzugucken. Dann kommen die vielleicht auch auf YouTube. Bitte nagelt mich nicht fest. Auch hier, ich probiere rum. Vielleicht ende ich es auch in zwei, drei Wochen wieder. Aber aktuell war nach allen Tests auf Twitch einfach umlängend geil. Und wer da dabei war, hat gesehen, wie ich mich Step by Step hingehangelt habe, ein cooles Live-Format zu machen. Und das letzte Mal auf Twitch, das war halt mega. Das war halt richtig geil. Und von daher, wir machen Twitch, Leute. Da findet ihr das Ganze. Wenn ihr den Link noch nicht kennt, twitch.tv slash sieg.live blende ich auch nochmal unten oben, wo auch immer ein. Folgt dem einfach auch, kommt auch einfach mal mit rein und dann haben wir da Spaß. In dem Zuge auch der Hinweis, das war auch so ein Wunsch von euch, sagen, ihr kennt euch halt auch nicht mehr aus. Wo kommt was? Und ich kritisiere ja auch gerade bei anderen Kanälen, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich auch nicht mehr ganz verstehe, was die eigentlich machen. Also die, aktuell haben hier ein paar Kanäle zu viel Output, zu viele Videos, die kannst du gar nicht konsumieren. Und ich frage mich, ob das wirklich für die Fans noch gedacht ist oder ob wir jetzt da langsam wirklich schon in so einer, sagen wir mal, Fernsehsenderartigen, wir scheißen Content raus, Ecke gelandet sind. Und ich verstehe, dass es bei mir unübersichtlich wird. Und ich habe mir auf jeden Fall jetzt über Ostern überlegt, ich werde euch mit einem kleinen Sendeplan immer ausstatten. Habt ihr vielleicht schon mal kurz auf Instagram gesehen, poppte da schon mal auf, wird immer wieder kommen, wird da auch aus so einem Highlight-Menü als nächstes eingeblendet. Und da seht ihr zumindest immer die Live-Termine, wann sind irgendwelche Live-Geschichten, die man sich halt dann auch merken sollte, weil die kannst du ja nicht verpassen. Ich weiß nicht, ob ich jedes Video, was ich mache, reinpacke, weil ich feststelle, ich würde gern sagen, hey, morgen um 19 Uhr erscheint ein Interview. Ich kann es manchmal nicht versprechen, dass ich es schaffe, weil das ist ein Hobbykanal, ich habe einen Job, ich habe eine Familie, beides ist erstmal wichtiger. Das ist einfach so. Und trotzdem geht jede weitere Sekunde, die ich abseits von Schlafen noch übrig habe, natürlich hier hinein. Und mal klappt es mal nicht, das heißt, nagelt mich nicht fest, aber Live-Termin, klar, wenn ich sage, wir gehen live, dann bin ich da live, hoffentlich. Und wenn nicht, dann auch hier, seht es mir nach, wenn vielleicht mal was dazwischen kommt. Und das ist, wir sind, oder andersrum, wir sind als Community und ihr seid als meine Follower noch ganz weit am Anfang. Ich auch, das heißt, das muss sich alles erstmal ergeben. Ich kann manchmal, ich kann das, was wir hier machen, nicht vor andere Sachen in meinem Leben setzen, so cool das wäre, weil man muss auch noch Geld verdienen und man muss auch natürlich schauen, dass die Familie happy ist. Und in aller Regel klappt das ganz gut, aber manchmal halt eben nicht. Und bitte seht es mir nach, das ist nicht böse gemeint. Bitte zwingt mich auch nicht dazu, Content zu machen. Ich werde daran verzweifeln. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, dass ich, ich kann sowas wie jetzt. Wir quatschen einfach, ich labere einfach los. Ja, auch das, auch das haben Leute angesprochen, ist jetzt gar keine Frage, so im herkömmlichen Sinne gewesen. Aber kann es sein, dass deine Videos immer weniger geschnitten werden? Ja, weil ich hasse es, Videos zu schneiden. Das ist echt Arbeit. Und ich, ich will, wenn ich schon Zeit investiere, die nicht in organisatorische Themen für euch verschwenden, sondern wirklich in den Content, wirklich in das, was ich gerne machen will. Deswegen eher lieber live gehen, eher talken, ungeschminkt und so weiter. Und Regelvideos, Rezensionen. Da muss ich schon richtig Bock haben. Dann mache ich das. Aber ich glaube, das ist einfach nicht mein Format. Das machen andere so gut. Bitte erwartet das nicht von mir. Ich will einfach nur unterhalten. Kommen wir aber gleich auch noch dazu. Dann war die dritte Frage. Auch die finde ich super spannend. Danke auch dafür. Was, was, was gibt es Neues in Anführungszeichen? Also was, was sind so die nächsten Formate? Was, was kann man so erwarten? Also den Leuten fällt auch auf. Also auch da danke für dieses konstante Feedback. Dass ich mir ja so ein bisschen rantaste. Ich versuche gerade so ein paar Sachen. Und tatsächlich, Livestreamen ist so die nächste Sache. Das hatte ich ja schon die letzten paar Male immer mal wieder gesagt. Livestreamen finde ich super spannend. Und da habe ich jetzt auch nochmal mir viel Gedanken gemacht. Und da kommt auch ein neues Format. Ich will den Namen noch nicht spoilern, aber diese Woche werde ich es bekannt geben. Tatsächlich ein neues Spielformat mit einem Spielprinzip, was ich mir so ein bisschen zur Hälfte, sage ich mal, selber ausgedacht habe. Also ein bisschen anders als Box of Rocks. Wo wir wieder super als Community gemeinsam im Chat mit Livestreamen lustig spielen können. Mit wenig Einstiegshürde könnt ihr einfach mitspielen. Zocken wir ein bisschen zusammen. Und meine Idee ist so ein bisschen wieder Sendeplanartig, jede Woche einen Livestream möglich zu machen. Aber nicht immer Box of Rocks jede Woche oder nicht immer das, sondern so ein bisschen durchrotieren. Dadurch wird es für euch nie langweilig. Ihr könnt euch dann immer wieder freuen, dass es immer mal wieder ein anderes Format gibt. Und könnt euch das so ein bisschen vorplanen. Und für mich ist es auch cool. Ich will jetzt nicht 50 Wochen lang Box of Rocks spielen. Ja, gleichzeitig. Und vielleicht, ja, also es ist halt auch aufwendig, das Ganze zu machen. Das heißt, ich mache es halt auch so lange, wie es euch gefällt. Ich mache es so lange, wie wir Fans auch hinzugewinnen. Wenn ich merke, da schaut keiner mehr zu, das interessiert keinen mehr, dann werde ich es auch aufhören. Und zwar nicht, weil ich sage, das interessiert dann monetär nicht. Das ist meilenweit hier von irgendwelchen Geldverdienenden, Ideen entfernt. Sondern ich mache es, um euch eine Freude zu machen, um mir eine Freude zu machen. Mir ist es eine Freude, wenn Leute zugucken. Für euch ist es eine Freude, wenn ihr es anguckt und cool findet. Aber wenn keiner guckt und es cool findet, dann finde ich es auch nicht cool. Dann machen wir es halt einfach nicht. Dann machen wir was anderes. Es gibt so viele schöne Sachen, die wir machen können. Und da werden wir Freude haben. Ein zweites Format, das ist mir auch wichtig, es hat nochmal mit The Meeple Inside zu tun. Da gab es bereits noch, bevor ich hinzugestoßen bin, ein Konzept namens Grow Up. Und zwar geht es darum, jungen, sagen wir mal, neuen Content Creators, Influencern, Leuten, die sagen, ich würde gerne auch einen Brettspielkanal eröffnen. Oder ich würde gerne auch Brettspiel-Let's Plays machen. Aber ich habe Fragen, technische Fragen, mit welcher Software geht das am besten, rechtliche Fragen, wo muss ich aufpassen, GEMA, freie Musik, keine Ahnung. Da gibt es mehr Themen, als ihr glauben könnt. Und es geht schon natürlich im Expliziten darum, Brettspiele als Thema zu haben. Aber da gibt es sicher aber auch, sagen wir mal, generell für Leute, die einfach mal ein bisschen Content nach außen tragen wollen, die da einfach mal Lust haben, sich als Influencer auch mal zu versuchen und einfach mal was zu machen. Einfach mal, die Zeit war nie so cool wie jetzt, das zu machen, denen Tipps und Hilfestellungen an die Seite zu geben. Und das soll Grow Up sein und ich habe mich dafür bereit erklärt, das für The Meeple Insight als ein Projekt nach vorne zu bringen. Und das geht tatsächlich ab nächster Woche schon los und ist mit Sicherheit super spannend. Und wenn ihr da auch dabei sein wollt, dann, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, unten gibt es die URL, kommt zum Discord. Da findet ihr dann auch Infos, schreibt mich noch was dort auf dem Discord an oder schreibt mich dann auf Instagram an etc. Wie wird es funktionieren? Wir werden Fragen sammeln, also was sind die Themen, bündeln diese Themen und machen dann im Rhythmus, aktuell ist mal alle zwei Wochen geplant, auch hier nagelt mich nicht fest, vielleicht wird der Rhythmus anders, das müssen wir sehen. Werden wir Live-Talks veranstalten, wo ihr dabei sein könnt. Die sind dann aber nicht YouTube oder sonst irgendwas, sondern die sind exklusiv für euch. Wo wir auch Experten reinholen, als Beispiel, es geht um Medienrecht, dann gucken wir halt, ob wir einen Anwalt finden, der da ein bisschen helfen kann. Natürlich beantwortet der die Fragen, die wir schon gesammelt haben, aber ihr könnt da live mitmachen. Also deswegen, das ist mitmachen, das ist deswegen nicht YouTube oder Twitch. Wir gehen da in eine Webinar-Software. Ich will, dass ihr da sprechen könnt, dass man uns sehen kann, weil wir sind da eine kleine Gruppe, wir machen mal ein bisschen Workshop zusammen. Das dann alle, sagen wir mal, zwei Wochen Best-of-Geschichten, wir mal als Videos auch zur Verfügung stellen. Für die, die da nicht dabei sind, die sagen, ich finde es trotzdem spannend, ich würde mir das gerne im Nachgang angucken. Kein Thema. Ich empfehle euch aber, direkt dabei zu sein, aktiv teilzunehmen, Grow Up. Und ich glaube, dass Grow Up sich auch für große Kanäle oder Leute, die sagen, ich mache doch das schon seit Jahren, was kann ich da schon Neues lernen? Man lernt ja nie aus. Also bitte kommt da auch dazu und selbst wenn ihr schon alles wisst, super geil, dann brauche ich euch auch. Dann brauche ich euch als Experten. Also wenn ihr, wenn ihr super geil wisst, wie man in Twitch fünf andere Leute zum Streamen mit in den Stream holen kann und bla bla bla, so dieses ganze Zeugs, dann kommt dazu. Ich werde da immer locker durchs Programm führen. Ich habe selber hoffentlich auch das ein oder andere an Know-how und gleichzeitig aber auch riesen Wissensdurst. Von daher, das wird eine coole Geschichte, also auch ein geiles Format Grow Up. Wie gesagt, nächste Woche werden wir schon die erste Session versuchen, wenn genug Fragen kommen. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob ihr Bock habt mitzumachen. Dafür müsst ihr rüber auf den Discord, bewerbt euch für Grow Up dort und dann sehen wir uns da schon nächste Woche und haben ein bisschen Spaß zusammen und kreieren was Schönes zusammen. Also da freue ich mich auch richtig drauf. Und bei diesem ganzen Format Thema, ihr merkt, es geht, irgendwie sind alle Fragen in diese Richtung gewesen, aber ich kann es nicht ändern. Das scheint euch echt zu bewegen, finde ich aber auch cool, weil da kann ich viel zu sagen. Es war der Wunsch, hey geil, wir kennen dein Outtake-Video. Ich verlinke es hier nochmal. Damit ging ja der Kanal fast los. Wann kommt denn das nächste Outtake-Video? Also die Frage, ich glaube, das ist mit die häufigste Frage, die mir Leute stellen, wann kommt denn das nächste Outtake-Video? Und ehrlich gesagt, ich produziere gar keine Outtakes mehr. Ne, jetzt mal Spaß beiseite. Tatsächlich ist es so, so wie mein jetziger Workflow ist und ihr habt vielleicht auch ein bisschen mitbekommen, wie ich mir hier mein Studio, wie ich es hier immer nenne, mein Man Cave, wo meine Spiele sind, aber ich halt gleichzeitig halt auch super Videos machen kann, streamen kann, mein Workflow ist ein bisschen so gebaut, dass eigentlich wenig schief läuft. Und wenn es schief läuft, wird es halt einfach wieder sofort gelöscht und neu gemacht. Das heißt, es entstehen weniger von diesen Outtakes, weil ich ja keine Regelvideos aufnehme, sondern Talks mache. Da kann man, da darf man sich versprechen, da ist das kein Outtake, sondern da ist es das Highlight. Und beim Live-Streamen ja genauso, da gibt es auch wenig so echte Outtake-Geschichten, sondern das ist ja Teil des Ganzen, dass es live und ungeschnitten ist. Nichtsdestotrotz, ich werde ein neues Outtake-Video euch präsentieren, einfach deswegen, weil ich festgestellt habe, viele kriegen immer noch nicht mit, dass ich Box of Rocks zocke und verstehen immer noch nicht, was so geil ist, einem Typen zuzugucken, wie er gegen Steine spielt. Ich werde euch da mal so ein bisschen die Best-of-Outtakes zusammenstellen, dass wir das Video diese Woche zur Verfügung stellen, weil das kann ich mir dann schon vorstellen, wenn wir viel streamen, dann macht es doch Sinn, da so Outtakes-Highlights aus dem Stream zu sammeln. Immer mal wieder, wenn so ein bisschen was zusammengekommen ist, wo da witzige Sachen passieren und die passieren. Deswegen machen wir es ja. Das nochmal so als Best-of zur Verfügung zu stellen, das gibt es dann natürlich auf YouTube. Und wer live den Spaß erleben will, der kann das ja auf Twitch erleben. Also das wäre zum Beispiel gerade für mich eine super Idee, wie es Sinn macht, warum man zwei Videokanäle bedient. Weil ich sonst nicht verstehe, warum ich es auf Twitch mache und dann eins zu eins auf YouTube hochlade. Ich sage, schaust du halt auf Twitch an, was musst du denn das auf YouTube gucken? Ich mache es ja nicht, weil ich hier auf Teufel komm raus irgendwie Werbung für den Kanal machen will. Ich freue mich, wenn ihr euch die Sachen anguckt. Darum geht es mir. Schaut euch die Sachen an, habt Spaß damit. Und ich finde es komisch, das einfach auf YouTube hochzuladen, wenn es auf Twitch schon steht. Schaust dir doch auf Twitch an. Also, soviel zum Thema Outtags. Und dann die Last but not least Frage, die habe ich mir extra noch aufgehoben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie kam sogar von Kidstock spielt. Also Kidstock, ich weiß, du bist derjenige, der die meisten Fragen stellt. Ich glaube, sie war von dir. Ich konnte es nicht mehr zuordnen. Schreib mich sonst gerne an, wenn ich deine Frage vergessen habe. Dann machen wir die beim nächsten Mal. Und zwar, was sind deine nächsten Ziele? Weil das ist ja eine Frage, wenn man meine Talks sich anhört, die ich so mache, dann stelle ich sehr häufig die Frage, was die nächsten Ziele sind. Dann gibt es Leute, die haben Ziele. Dann gibt es Leute, die haben keine Ziele. Manchmal erfinde ich Ziele für die Leute. Sirimande zum Beispiel war so ein Beispiel, wo ich sage, ey, willst du nicht mal einen Kalender machen? Wahrscheinlich wird sie nächstes Jahr noch einen Kalender machen, oder? Ich hoffe da immer noch drauf und sage, dann gebe ich dir halt Ziele. Die Frage ist ja tatsächlich, was mein Ziel ist. Und das habe ich irgendwie noch nie mit euch geteilt. Deswegen finde ich es eine spannende Frage, weil es gibt mehrere Antworten drauf. Also tatsächlich gibt es ein Fernziel, wo ich so Ende nächsten Jahres sein möchte mit dem Ganzen. Ich habe mir, als ich angefangen habe, tatsächlich überlegt, ich würde gerne mal für zwei Jahre wissen, warum ich es mache. Ich will es zwei Jahre lang machen, weil es halt auch Zeit braucht, Sachen aufzubauen. Und ich ein paar Sachen machen möchte, die aber erst funktionieren, wenn man genug Community hat. Siehe zum Beispiel das Thema Livestreamen. Ich hätte super gern von Anfang an live gestreamt. Nur wie wirst denn du Livestreamen, wenn du noch nicht Videos gemacht hast? Und Videos kannst du erst machen, wenn du vielleicht vorher eine Community hattest. Also du fängst vielleicht mit Instagram an. Also das war schon so ein bisschen auch geplanter Aufbau einer Community, mich euch so ein bisschen anzubiedern in der Hoffnung, hoffentlich gefällt denen, was ich mache. Und wenn ich genug Leute finde, denen das gefällt, dann kann ich das Nächste machen. Weil nichts ist doch blöder, als ein Livestream zu machen, wo nur ein, zwei Leute zugucken. Ja, ich würde es auch nur für ein, zwei Leute machen. Aber wenn du Interaktion suchst, dann brauchst du halt schon. Ich bin in der dankbaren Situation, dass wir zumindest schon mal zweistellige Zahlen haben. Da habe ich mir tatsächlich schon sagen lassen. Da bin ich sogar auf Twitch schon einer der größeren Brettspieler. So, wo du sagst, okay, interessant. Also das heißt, da merkt man erst, wie frisch dort dieses Medium ist. Deswegen vielleicht sogar ganz cool, dass ich da bin. Werde ich ja vielleicht viele Leute finden. Was ist so mein Highlight, wo ich in zwei Jahren hin will? Das ist gar nicht so sehr richtig definiert. Ganz konkret ist es das, sondern es ist ein Bauchgefühl. Was ich fühle und deswegen fand ich auch die Geschichte mit The Meeple Inside so interessant. Ich fühle, dass die Community, auch die Content Creator und alles, dass das alles sehr, sehr würfelt, so zusammengewürfelt ist. So, jeder macht so ein bisschen was. Klar, es gibt, man kollaboriert auch, aber meistens kollaboriert man eher, um zu sagen, dann pusht der meinen Kanal, pusht der meinen Kanal. Also es ist nicht so, oder man kollaboriert, weil man vielleicht zusammen zockt. Das finde ich auch cool, aber es ist, was mir fehlt, ist so die Einigung untereinander, so die Zusammenfassung, dass mehrere Kanäle sich zusammentun und die Summe von ihnen größer ist als die Einzelteile. Also man muss, ich sage jetzt nicht ein Brettspielfernsehsender, das wird es auch nicht geben, das braucht es auch nicht. Ja, dafür ist das auch nicht groß genug. Aber ich will ja auch nicht nur Brettspielen. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Na klar, mag ich Brettspiele, aber ich bin überhaupt kein Experte dafür. Ich will quatschen. Ich will quatschen, ich will Quatsch machen, ich will mit Leuten Kontakt haben. Brettspiel ist ein super Door Opener, über Sachen zu reden. Aber ich spiele halt auch gerne, ich unterhalte gerne. Ich will Unterhaltung machen. Und das ist so das, wo ich sage, ich würde gerne Unterhaltungsformate etablieren. Dafür braucht man Zeit, da muss man Sachen aufbauen, wie ich es gerade gesagt habe. Da muss man eine Community langsam aufbauen. Und selbst zur Marke werden. Vielleicht auch mal andere Leute mit dazuholen, dass man es nicht nur alleine macht, um mehr Output zu haben. Was weiß ich was. Aber man fängt halt so an, um dann irgendwann einen Punkt zu haben, zu sagen, cool, jetzt kann ich so richtig regelmäßig Unterhaltung machen auf einem Level, das durchaus, sagen wir mal, jetzt nicht wie ein Fernsehsender ist. Ja, wer braucht denn sowas schon? Aber wo du sagst, hey, jetzt hat es durchaus, jetzt hat es einen Unterhaltungswert wie eine große Samstagabendshow. Das habe ich vielen Leuten gesagt, dass ich die große Samstagabendshow suche. Die wird es nie geben. Es wird nie Samstag sein und es wird nie eine große Fernsehshow auf ZDF. Das ist gar nicht die Idee. Es geht ums Feeling. Es geht um generationsübergreifend Spaß haben, sich hinsetzen, Sachen erleben und nicht nur eine Sache erleben, sondern eine Mischung aus Musik, Talk, Spielen, ein Gesamtkunstwerk. Da will ich, dass sich Sachen hin entwickeln. Und davon, ja, und ich teile sogar diese Idee mit euch, weil ich gar nicht will, dass das so mein geheimer Masterplan ist, über den niemand was wissen darf. Nein, wir machen das doch zusammen. Wir wollen das zusammen Spaß haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das mit unterstützt. Ich will das auch nicht alleine machen. Ich suche Leute, deswegen auch The Meeple Insight. Ich suche Leute, die einfach daran glauben, eine coole Community aufzubauen, die Bock haben, unterhalten zu werden, die einfach sagen, hey, das ist doch geil hier. Hier treffe ich Leute, die ticken wie ich und hier habe ich eine schöne Zeit. Und ja, vielleicht kostet es auch mal irgendwo mal 5 Euro irgendwas zu machen. Das will ich ja gar nicht ausschließen. Aber das ist ja gar nicht die Frage. Wenn ich für 5 Euro was bekomme, ist doch alles cool. Ja, hier geht es ja nicht darum, einfach nur Spenden dann für irgendwas zu erschnorren, sondern einfach zu sagen, hey, pass auf, um das noch geiler zu finanzieren, braucht man vielleicht Geld. Aber davon ist man ja meilenweit entfernt. Aktuell geht es gar nicht um Kohle. Aktuell geht es doch nur darum, Spaß zu haben. Dann schauen wir mal, wo die Sache sich hin entwickelt. Das ist so das Fernziel, was ich tatsächlich sehe und wo ich auch glaube, wo wir als deutschsprachige Brettspiel-Community im internationalen Vergleichen einfach noch hinten sind. Also wenn man sich das überlegt, was bei uns große Kanäle sind und wie viele Reichweiten die haben, dann ist das echt in den Kinderschuhen. Ich finde faszinierend, dass die ersten Content-Creator überlegen, wie sie davon leben können. Ich würde gerne mal euren Businessplan sehen, weil ihr seid ja meilenweit von dem entfernt, was große Influencer in anderen Bereichen so haben. Das wird interessant, wie man davon leben will. Also klar muss man dann viele andere Sachen noch andocken. Es ist dann nicht nur Videos machen, das ist schon klar. Aber ob das die Szene schon trägt, wenn man nur Brettspiele macht, das wage ich zu hinterfragen. Ich glaube, man muss dann schon richtig Unterhaltung machen. Und da, glaube ich, wird es auch wieder interessant, haben wir hier Leute, die mehr können als ein Spiel in die Kamera halten in der Szene. Das heißt, hier muss man echt, hier muss man ran. Und das führt auch wieder zu Grow-Up. Also dann sind wir wieder beim Grow-Up-Bereich, zu sagen, hey, wie gehe ich denn strategisch an sowas ran? Und ich merke, und jetzt abschließend, also auch hier, ich finde es cool, welche Kanäle mich schon angeschrieben haben, ich nenne da jetzt keine Namen und so weiter, und dann wirklich Tipps von mir abgefragt haben. Das ist cool. Also ich finde geil, dass ihr auch festgestellt habt, dass die Art, wie mein Kanal wächst oder die Art, wie ich an Sachen rangehe, anders ist als das, was bisher so in der Szene rum war. Ich weiß, dass es viele Leute auch nicht cool finden. Alles gut. Ja, wie gesagt, ihr müsst mich nicht abonnieren, ihr müsst meine Videos nicht gucken. Alles cool. Ja, ich finde auch Sachen nicht cool, dann ignoriere ich es halt einfach. Und gleichzeitig will ich mich jetzt gar nicht als der Messias der Brettspielszene hinstellen. Muss ich auch nicht. Hier gibt es Leute, die machen das seit Jahren, die machen das gut und so weiter. Ich will ja was völlig anderes. Ich will ja eben nicht nur Brettspiele. Wenn ihr da Bock habt, wenn ihr sagt, hey, Brettspiele muss auch nicht alles im Leben sein. Es geht einfach generell um Unterhaltung. Und mal gucken, was der komische Dude noch so für verrückte Weltherrschaftspläne für YouTube-Unterhaltung aus dem Hut zaubert. Jetzt, wo der quasi kein Haar am Arsch hat, aber hier schon irgendwie mit 500 Followern schon wieder meint, er ist hier der Größte. Ja, ich weiß, ich bin da auch sehr dankbar zu. Ich wachse enorm schnell. Und ich bin auch, glaube ich, sehr schnell darin, euer Feedback umzusetzen. Das ist geil, weil wir halt noch so weit am Anfang sind. Das sehe ich auch immer noch als Chance, dass wir so zusammen super agil sein können und andere Kanäle halt seit Jahren ihren eingefahrenen Stiefel machen. Kennst du ein Video, kennst du alle. Das ist nicht böse gemeint. Das ist aber nicht der Grund, warum ich hier reingekommen bin, dass ich mir das hundertste Regelvideo angucken will. Ein Regelvideo schaue ich mir an, wenn ich es brauche. Aber ansonsten nicht. Mich interessiert es nur, wenn ich das Spiel wirklich spiele. Ansonsten ist mir das völlig egal. Und ich brauche auch nicht 40 Minuten Feedback. Und ich brauche auch vor allem nicht 20 Minuten Product Placement von irgendwelchen Halbseiten in den Spielen. Auch da bin ich raus. Das machen Gott sei Dank die meisten nicht. Ich bin Fan von vielen Kanälen, die es richtig cool machen. Es gibt viele Kanäle, die versuchen innovativer zu sein als die anderen. Das schätze ich auch total sehr. Und ihr werdet es auch immer erleben, wenn ich mich mit solchen Leuten connecte, mit solchen Leuten Interviews mache, mit solchen Leuten gemeinsam Content teile. Was auch immer. Dann auch aus vollem Herzen. Und gleichzeitig die anderen, die darf es ja auch geben, wenn es dafür einen Markt gibt. Nicht alles ist Feinkost. Manchmal ist man auch beim Discounter. Jeder macht es so, wie er es kann und wie er es möchte. Und für jeden ist hier ja Gott sei Dank Platz. Ich stehe für eine gewisse Art der Unterhaltung und will dafür noch viel, viel mehr stehen tatsächlich. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und ich habe schon wieder einfach viel zu lang, glaube ich, über mich gesprochen. Jetzt wird es wieder Zeit, über euch zu sprechen. Also das waren die News. Ich habe bei Riftforce die Regeln verkackt. Das geht auch viel einfacher. Weißt du, wir machen einfach die Zusammenfassung. Ich habe bei Riftforce die Regeln verkackt. Ich bin jetzt Teil von The Meeple Inside. Ich mache jetzt auch Twitch. Ich komme mit neuen Formaten, nämlich einem neuen Twitch-Format und Grow Up. Ich mache auch wieder Outtakes, nur für euch. Und meine Ziele sind die Weltherrschaft, wie jeden Tag. Das ist ja total einfach, oder? Und dann machen wir das und dann wird das großartig, oder? In diesem Sinne, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so von meinen Ideen haltet und ob es weitere Ideen gibt. Gerne auch weitere Fragen. Falls ihr mich nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Glocke drücken, dann verpasst ihr die Sachen nicht. Und ansonsten kann ich immer nur wieder sagen, ich bin Basti und ihr schaut Siegpunkt. Und ich habe gesprochen, ohne zu schneiden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.